Was wird uns klar? Was wird uns als Menschheit, was wird uns als Mensch, als Menschen, ich meine das global klar, also im Allgemeinen, was wird uns klar? Oder vielen von uns klar, sind ja nicht alle, aber was könnte vielen von uns klar werden oder was wird zunehmend klarer? Das große Eingeständnis. Die Eingeständnisse sind ja in unserem Leben immer wieder wertvoll deswegen, weil wir uns nichts mehr vormachen, weil wir nicht eine Illusion weiter bedienen, weil wir nicht etwas einseitig tun, sondern uns eingestehen müssen, oh, hier geht es nicht weiter, das war zu viel oder das andere war zu wenig und das funktioniert nicht mehr. Das Eingeständnis, dass du in einer Beziehung das, was du mal vorhattest oder gemeinsam proklamiert hattest, eben nicht mehr hast. Ich muss die Wahrheit sich eingestehen. Es geht immer wieder um eine mögliche Wahrheit, die man sich eingestehen muss. Also wirklich dann zu sehen, was ist eigentlich los. Und das ist ja etwas sehr Komplexes und das ist auch etwas sehr Intuitives oder teilweise auch Unbewusstes, das dann hochpoppt, wo einem dann klar wird, eines Tages oder sehr plötzlich oder in einem Prozess, mein Gott, das geht nicht mehr. Ich muss mir das eingestehen, dass ich das nicht kann, dass das nicht funktioniert, dass es nicht möglich ist und nicht immer weiter mache in der Art, dass ich sage, es gibt für alles eine Lösung, es gibt für alles einen Kompromiss und es gibt viele Wege und all das ist natürlich auch möglich. Aber hier geht es tatsächlich um dieses Thema, was wird uns oder was wird dir klar? Aber ich sage es hier ganz bewusst im Sinne des Globaleren und des Gemeinsameren Menschlichen. Was wird uns klar? Das große Eingeständnis. Natürlich, dass wir mit vielem überlastet sind. Wenn wir ehrlich sind, dann arbeiten wir zu viel, dann tun wir zu viel, dann bilden wir uns zu viel fort, dann gucken wir mal hier rein und da rein, wir kaufen uns dies und jenes, dann haben wir ein neues Auto, dann kommen da wieder Herausforderungen und all das. Dann müssen wir das Haus noch abbezahlen und das dauert 20, 30 Jahre und und und. Also ganz, ganz vieles, das wir mental tun, das wir materiell tun, das wir tätig tun im Sinne der Körperlichkeit, im Sinne der geistigen Formation, die wir haben und dass wir dadurch auch immer wieder überlastet sind. Wir tun einfach wahnsinnig viel. Viele Menschen tun viel und viele Menschen machen sich Sorgen und viele Menschen gucken hier rein und dort rein und es ist einfach wahnsinnig viel, dem wir ausgesetzt sind. Und das ist vielleicht die größte Krux der heutigen Zeit, dass zu viel passiert und dass wir zu viel an alle möglichen teilnehmen und dadurch natürlich überlastet sind. Ich könnte jetzt tausend Beispiele bringen. Die Kleinfamilie, die überlastet ist durch die Überforderung in einer Kleinfamilie, die Singles, die überlastet sind, weil sie das und das haben und so weiter und so weiter. Also vielartige Überlastung, Reizüberflutung mit zu viel umgehen wollen und sich dann doch zu wenig eingestehen, mein Gott, ich müsste eigentlich abbauen, abbauen, abbauen. Diese Forderung wird ja immer wieder laut von allen möglichen Experten und Nicht-Experten zu sagen, hallo Leute, ist es vielleicht zu viel, was wir so angehäuft haben im Laufe der Zeit und dass wir an zu vielem dran sind und viel Engagement haben und all das und dadurch eine Überlastung passiert, die wir doch alle ganz schön missachten und dann an allen möglichen Stellen merken, es geht so nicht mehr. Dass wir also zu viel wollen, zu viel können, zu viel müssen, zu viel schaffen, zu viel tun und vieles mehr. Ja, dass wir viel weniger machen sollten, dass wir eine Sehnsucht danach haben, eine innere, spätestens innere Sehnsucht danach, weniger machen zu wollen, zu müssen, zu sollen und damit ruhiger zu werden, irgendwie ruhiger. Wir haben zwar Konzepte von ruhig sein, wir lesen uns an, was ruhig ist, wir hören, dass es ruhig ist, wir haben Angst davor, ruhig zu werden, weil es plötzlich Stille ist und weil die Welt still zu stehen scheint und deswegen die Angst vor der Ruhe auftaucht und dann wieder die Aktivität einsetzt. Dieses permanente Berieseln, dieses permanente, ja, abfindbar, nicht abfindbar sein, das permanent, ich muss immer da sein, einfach so, ich muss immer bereit sein, diese permanente Bereitschaft, immer online, online in diesem metaphorischen Sinne und in dem buchstäblichen Sinne, immer parat zu sein und dadurch zu merken, mein Gott, eigentlich ist die tiefe Sehnsucht in mir ruhiger zu werden, wo ist die Gelassenheit, wo ist dieses Bergpanorama, das ich da von oben überschaue und es ist einfach nur still und ich muss mir nicht ständig Gedanken machen, Sorgen machen, in die Zukunft hineindenken, von der Vergangenheit ständig eingeholt werden und sagen, habe ich das richtig gemacht, habe ich mich schuldig gemacht und all das, also ruhiger zu werden, wirklich im umfassenderen Sinne. Was wird uns klar, dass die eigenen Baustellen, die Baustellen der Welt, wenn ich diese Metapher nutze, wahrscheinlich Baustellen bleiben werden, das heißt, die Probleme, die Konflikte, das Nichtgelöste, das Problematische, das Unmenschliche, was es auch immer ist, Baustellen bleiben wird, es wird immer so bleiben oder es wird in der Form so bleiben oder ich lasse es einfach bleiben und muss mich nicht als Retter der Welt darum kümmern und sagen, so, ich muss da jetzt rangehen und es wirklich schaffen und dieses Haus zu Ende bauen, sondern dass es Baustellen in dem Sinne in aller Ewigkeit bleiben werden, dass Probleme und Konflikte und Notlagen und all das in der Welt ständig da ist, aber dass wir auch nicht ständig irgendwie daran was drehen, in der vermeintlichen Hoffnung, in der vermeintlichen Illusion es wirklich dadurch beenden zu können, das ist gemeint. Dass das meiste im Leben Illusion bleiben muss, um Realitäten möglich zu machen, sich darüber im Klaren zu werden, dass vieles Illusion ist und dass vieles aber auch wertvolle Illusion ist oder war, um tatsächlich Realitäten den Weg zu bahnen und zu ermöglichen, aber es bleibt Illusion. Dass es für vieles keine Lösungen geben wird, sondern es so bleibt, bis sich Verhältnisse auf eine grundlegende Art und Weise geändert haben. Und nicht im Sinne von ändern lassen, sondern es gibt einfach keine vorschnellen Lösungen oder einseitigen Lösungen, sondern es bleibt einfach so, bis es so reif ist oder so fällig ist, bis sich dann Verhältnisse grundlegend verändern und der Wendepunkt dann plötzlich entsteht. Und das erleben wir immer wieder. Ich muss jetzt nicht an Naturkatastrophen erinnern oder an Gott weiß das so, plötzlich etwas vollkommen anders ist, von heute auf morgen. Was gestehen wir uns ein? Was wird uns klar? Dass wir innerlich spüren, einfacher werden zu müssen. Aber auf der anderen Seite äußerlich die Sehnsucht nach noch viel mehr und viel Komplexerem haben, wir greifen buchstäblich nach den Sternen. Wer ins Weltall will, hat mit der Welt abgeschlossen. Das sind so ein paar Typen, die das zurzeit machen. Natürlich irgendwelche Größusse, amerikanische Größusse. Wie kann es anders sein? Das müssen natürlich amerikanische Größusse sein. Aber was ist denn da los eigentlich auch? Und wir greifen nach Komplexerem, aber innerlich fühlen wir, mein Gott, es ist was ganz anderes und zwar was Einfacheres. Wir spüren, dass wir alle auf dem Weg zu etwas grundlegend Neuem sind. Das spüren wir, das spüren zumindest einige Menschen. Zu etwas grundlegend Neuem auf den Weg sein. Wir aber nicht wissen, was es ist und wir wissen es noch nicht. Und heute scheint es so, dass es das ist und morgen scheint es dann wieder so, dass es etwas anderes ist und übermorgen wiederum anders. Aber wir spüren, mein Gott, es ist es noch nicht und es ist es nicht. Das ist wie in einem Dschungel zu sein, vielleicht mit einer Machete oder einfach nur durchzulaufen und zu sehen, ah, das ist es. Das ist die vermeintliche Lichtung. Das ist es irgendwo da, wollten wir hin, aber es ist es noch nicht. Und genau das ist das Problem. Wir sind alle auf dem Weg zu etwas grundlegend Neuem. Wir wissen es aber nicht, was es genau ist. Das ist vielleicht nur der Prozess dessen. Was gar nicht mehr geht oder was uns wirklich klar wird, dass wir oft Sachzwängen unterlegen. Es muss so sein, weil es ist so in der Institution. Es muss so gehandelt werden, es muss so geregelt werden, es muss recht gesprochen werden, es muss dies berücksichtigt werden, jenes berücksichtigt werden. Da gibt es einen Einspruch, hier gibt es einen Widerspruch, da gibt es eben unzählige Kompromissbildungen und so weiter und so weiter. Den Sachzwängen. Und Sachzwänge sind so etwas wie, jeder kann mitreden. Sachzwänge ist auch, da gibt es Journalismus, der plötzlich etwas in Frage stellt. Dort etwas hier, etwas da etwas. Also unheimliche komplexe Zwänge, die ineinander greifen. Menschen, die einfach zu viel sind, wenn wir ehrlich sind. Und in dem Zusammenhang Millionen Kompromisse, die die Dinge, die wir wollten, unkenntlich machen, die wir eigentlich wollten, die wir eigentlich vorhatten. Wo Bedürfnisse da waren zum Beispiel auch. Wir müssen Kompromisse machen, um das gemeinsam auf die Reihe zu kriegen. Aber die Dinge, die wir eigentlich wollten, sind dadurch nicht mehr sichtbar und unkenntlich. Und das macht uns nicht froh. Und es deswegen jemand braucht, es tut mir leid, wenn ich das sage an der Stelle, aber es sind ja Gedanken, freie Gedanken. Die freien Gedanken, die wir haben als Menschen, sind das Beste, was uns je passieren konnte. Und deswegen es vielleicht jemand braucht, der uns sagt, was geht und was nicht geht. Der uns sagt, wie der gute Vater, die gute Mutter, hier geht es lang. Und da geht es lang, aber dahinten geht es nicht lang. Was wird uns klar, dass vielleicht Demokratie, auch wenn wir an diesem Thema sind, kein Missionsmodell für große Teile der Welt sein wird. Und das ist das, was wir momentan möglicherweise oder unbedingterweise erleben, zu sagen, die Demokratie, die Demokratie. Die Taliban müssen demokratisch werden. Putin muss demokratisch werden. Der muss demokratisch werden. Denn die Chinesen müssen demokratisch werden. Hongkong fällt ab. Schon längst zu den Chinesen gezählt. Ist Demokratie tatsächlich das Missionsmodell, das imperiale Modell, das sich überall auf der Welt verbreitet? Wofür wir kämpfen und einstehen? Und was ist das so? Oder ist das eine Illusion? Und die Amerikaner haben es gut gemerkt, in den letzten Jahrzehnten, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, seit Beenden des Zweiten Weltkrieges, dass es sich nicht lohnt, militärisch zu intervenieren, um die Coca-Cola-Demokratie zu verbreiten. Entschuldigung, wenn ich das so überspitzt formuliere. Und wir dadurch aus unseren westlich gefälligen Selbstbezogenheiten herausfinden müssen und sie nicht als Exportschlager für die ganze Welt herrichten. Und die anderen dabei, ja, was passiert mit den anderen? Oder was ist denn Möglichkeit? Vielleicht ist das auch ein Eingeständnis, ein großes. Und in diesem Zusammenhang, dass wir immer wieder als Menschen, als Menschheit, und ich meine es wirklich jetzt global auch, tatsächlich zutiefst zerstörerisch sind. Und selbst gegenüber und der Welt gegenüber, mit allem und jenem. Ob das Emissionen sind, ob das die Brandrodung im Amazonas ist und Gott weiß was, ob das die einseitige Ausbeutung von irgendwelchen Rohstoffen ist und, und, und. Unzählige Tierarten gehen jeden Tag zugrunde und so weiter. Und wir sind zutiefst als Menschheit zerstörerisch. Und das hören Menschen nicht gerne, wenn ihnen das jemand sagt, so wie ich jetzt. Nein, wir sind doch liebend und wir sind doch guten, wir sind die Guten. Wir haben uns bekehren lassen, wir sind Buddhisten, wir sind Neo-Buddhisten. Ich will gar nicht von den Christen sprechen oder irgendetwas, ja, aber in Wirklichkeit sind wir doch unheimlich zerstörerisch, alle miteinander und ständig. Und dieses Eingeständnis ist vielleicht das tiefste und das problematischste. Und das macht einen dann wirklich traurig als Mensch oder als Menschheit. Vielleicht noch eines zum Schluss. Das größte Eingeständnis und wir merken hier die Superlative, was ist denn das Größte? Es gibt ja noch mehr Eingeständnis und dann fällt einem noch mehr ein. Und genau das ist ja der Anlass dieser Audios immer wieder, dass du assoziierst, dass du darüber nachdenkst, dass du Stellung nimmst und all diese Geschichten, die darüber Gedanken machst. Und das ist sehr wichtig, weil Denken ist das, was uns wirklich übrig bleibt und was uns ausmacht. Das größte Eingeständnis und der Superlative dieser Eingeständnis ist vielleicht, dass wir als Menschen allem gegenüber viel zu expansiv sind, zu einengend, zu einnehmend. Und dass wir uns etwas im Laufe unserer Entwicklung herausgenommen haben, was wirklich zu stark ist. Und sich die Frage stellt, sollten wir uns mehr zurücknehmen wegen all dem? Aber wie nehmen wir uns zurück? Ist ja auch nicht einfach. Also das mal so ein paar Gedanken dazu und das könnte man noch mit viel mehr ergänzen. Was wird uns klar? Das große Eingeständnis der Menschen, sagen wir es ganz global, der Menschen, nicht dir, nicht mir, sondern einfach so allgemein. Und es ist ja auch wichtig, immer mal auch von Allgemeinem zu reden und nicht immer spezifisch zu werden und dadurch vielleicht Projektionen, Vorwürfe zu machen und all das. Und das ist ja auch wichtig. Super. Vielen Dank.